herzlich willkommen bei einer weiteren folge nicht selbst echt sondern kevopolis mit dem shadow ja wir sind schon ein wenig weiter und zwar haben wir vor einen kleinen zwischenspeicher zum beispiel zu bauen diesen magmator will ich machen und zwar mindestens auf blazing hoch vielleicht sogar naiotik ist vielleicht noch besser dass wir gleich mal gucken weil der shadow ist nämlich schon dabei leider naiotik schatz zu machen den ich den reaktor auf naiotik machen könnte theoretisch der ist schon hochgelaufen er macht schon den reaktor fertig das ist uns ballen dann schauen wir mal hier der grundgedanke ist dass hier davon haben wir nichts okay das ist jetzt alles von dieser davon mit den einmal haben wir so das geht aber auch echt nur weil wir so viele dias übrig haben ja es ist ja auch klar wir haben einiges da so der starter ist fertig es kommt er mitmachen denn basic dann kommt er mit dem 55 5 stil es ist nicht so schlimm 5 schnell tut so da mal 6 wo kann ich so weit weg laufen das ja ach ja die hand dann brauchen wir dann auch noch mal 8 ne 4 okay ey geh weg ich bin schnell fertig aber du siehst du siehst der braucht für die diamanten schon ein bisschen schneller ne ein bisschen langsamer ja der ist echt nicht flott ich habe jetzt erst vier reaktoren also die ich jetzt bauen könnte ich muss aber 34 dafür brauche ich fünf nochmal dann 99 ist kein problem habe ich denn ich habe sogar noch neun kannst du mich noch mal dazwischen lassen nee so das geht ja auch noch relativ flott guck das geht echt flott wenn ich nicht mal in der zwischenzeit hier was essen ey ich war es nicht naja das war ich so ja und äh ich würde sagen wir belassen es dann auch bei dem einen magma dingen zwar wenn wir den reaktor dann haben ach guck mal da kommt keine energie an die haben keine energie warte mal ich glaube ich habe die energie aufgebraucht du hast die energie auf ich schwörs dir du hast die jo die energie ist weg ach ich habe die ganze energie verbraucht geil ich war so ein bisschen wir haben ja ein bisschen die energie abgegradet also die energieversorgung aber äh der shadow der hat das meine ich ne also sobald du diese äh ich habe acht von diesen teilen jetzt das reicht nicht das reicht nicht ja da baue ich jetzt erst den reaktor auf und mache ich danach ja lass mich mal lass mich mal diesen magmatik bauen der haut dann nochmal einiges okay dann warte ich bevor ich den reaktor aufsetze ja ich bin jetzt schon fertig also okay ich müsste jetzt nur noch ähm äh die teile hier machen so so und so ja guck mal der ist schon fertig das heißt ich kann jetzt den anschließen an den ähm stromkreislauf der hat ein output von 3200 das heißt der haut jetzt richtig lava raus okay den müssen wir dann anschließen vielleicht müssen wir auch einfach die kabel erhöhen wobei der exaktor doch 3200 und der hat ja kann nur 2000 empfangen das wichtig ist das update rein naja alles nicht so optimal ich könnte dein markmator auch nochmal upgraden wobei der hier müsste ordentlich ich weil man sieht richtig wenn du arbeitest jetzt ist das voll krass komm mal komm mal her komm mal her endsoft endsoft gibt mir mal so ein teil ja ja jetzt drück mal rechtsklick jetzt drück mal rechtsklick auf den auf den lila tank da du siehst jetzt das plus 1600 oder so ne ja jetzt achte da kommt minus 3000 raus oder so ne ja aber er steigt zumindest sehr flott hier aber es ist übel ey okay ich muss mal eben gucken die besseren kabel wobei wir haben ja jetzt eigentlich diese diese flugstinger könnte man das auch einfach alles mit wlan verbinden aber aber es funktioniert der generiert halt nur 800 fe pro tick das ist nicht ganz so viel ja guck mal gleich ist das die kotik ding fertig das sollte reichen extrakt 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 was heißt das eigentlich überall geht das raus ne ja ich muss das einfach mal weg und gucken ob es schneller geht oder geht doch nicht schneller ja das funktioniert auf jeden fall jetzt haben wir noch hier diesen blazing magmator dabei der uns noch mal 800 fe pro tick gibt das ist ungefähr so viel wie 7 oder 6 knapp 6 von den dingern hier ne ist schon krass schon krass siehst du das mal nicht vier upgrades drin 120 11 pro tick das ist halt ein teil gebaut 800 dann könnte man noch locker upgraden ich meine den 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 hier guter kostet dann natürlich ja guter kostet 5 5 5 plus 8 sind 13 diamanten kostet ja ne das ist nicht so viel ich habe gerade ich brenne hier auch keine energie mehr ja ja das sieht man total hast du die ganzen nebenan da rein die ganzen stack haue ich hier rein ja das sage ich ja ich brauche nochmal 13 wo haben wir denn 71 alter du hast ja alles weg gehauen ja den ganzen stack habe ich hier nicht schlecht naja aber du hast es geschafft ja zwölf stück mir fehlen noch 24 also ich muss jetzt noch zwei komplette dia stacks wegbauen ne so viel ja alter hätte ich das mal nicht geupgradet war wie krass ist das denn ja ich warte jetzt erst nochmal einen moment ja lass mich mal bitte vorher die 3 da rein machen und dann kriegen wir schneller Strom äh die 13 das ist das das ist das krasse was ich meine und wir haben hier eigentlich nur diese harten dinger drin ne wenn ich die 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 mopeds hier upgrade habe glaubst du wer deine für eine energie zieht ja aber der ist ja auch auf 3000 hier beschränkt weil wir die kleinen ähm ein kabel haben die kleinen kabel haben die großen kabel brauchen für die größeren kabel brauchen wir ja die ähm heißt das brauchen wir ja schon äh 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 ähm mechanism für ne ja da kommen wir auch nicht drum herum ok wir schalten später wieder ein wenn wir hier genug energie haben there it is der wird generated 2k anstatt 800 schon das ist echt echt knallhart der haut hier das ganze ding voll tisch fängt wieder von 0 an aber geht ab wie schmidskratze max extract 8k aber das kabel kann nur 3 aber jetzt müsste mehr energie bei dir ankommen oder oder ist das denn das ist ja limitiert auf 2 ne ja das problem habe ich hier eingebaut ja das ist ein problem das ist weil ich dachte hier können wir drei von diesen ähm was kann denn hier in diese rf-coils rein das packt mich voll ab ich hätte das gerne anders ne wobei das wird doch transfert ne oder ja automatisch also hier kommt alles an in der in den netzwerk wird das transfert ne ja 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 da müsste da müsste eigentlich jetzt oh warte mal ich guck mal eben dieser flug storage die sind auch unterschiedlich wenn wir den upgraden ach wir haben keine tiers mehr ei 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 ja der kann eine million steht da denn auch bei was der ne ist egal ob die können der ist voll auf jeden fall ja du kannst den leer saugen transfer limit 20.000 auch gleich viel mehr diamanten ja ich schätze mal den müsste man mal upgraden ne da brauche ich noch fünf weitere von ok challenge accepted die hast die hast die ich glaube ich habe noch nie so viel die erst zerschrottet 36 ja ich nicht da noch da brauche ich in der in der eis ohne ende ach die können wir doch jetzt ganz schnell produzieren oder nicht ich dir recht geben so mache ich mal das erstmal da rein und ich wobei ich brauche ich vielleicht ich mache das jetzt erstmal fertig hier so ich würde sagen da kann ich noch sechs stück machen ich brauche 30 das ist ja nicht das problem obsidian nehmen wir noch ein stack mit so 15 über 9 ja einige in der brauchen wir ja ich würde sagen wir sind ziemlich weit gekommen in der folge nehmen wir uns hier noch ein paar änderperlen das war hier ne ja nice elf stück haben wir noch hoppala energie ist am ende ja das war wahrscheinlich ich mit den enderperlen ja das ding zieht auch nochmal richtig ja auf jeden fall ne 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 da brauche ich ja nochmal achten ja so guck mal ok ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn wir ein bisschen weiter sind aber es ist ja jetzt ungefähr klar was passiert wir haben jetzt ein bisschen energieprobleme aber auch nicht mehr lange und dann schauen wir mal wie das hier mit dem besseren tank funktioniert ja wobei jetzt bin ich schon hier in der 17 ich brauche 30 ne ok das dauert noch ein bisschen und ich brauche Dias Dias ja die werden ja automatisch erzeugt ja hm ok also machts gut bis zum nächsten mal und ciao